Abonnieren, liken, alle abonnieren, die Weißne, Holzer, Fieser, Brandein, Stadtschatz. Das ist YouTube-Kanal Laurent Harrich. Auf YouTube können wir abonnieren für alle Waff-Spieler und Trainer und Eltern. Abonniert alle auf YouTube Laurent Harrich. Alle Eltern, alle Trainer, alle Spieler unterstützt ihn dabei. Er ist ein super Typ. Schönen Tag. Grundsätzlich bin ich musikalisch. Ich bin der Mano Neuer, das härteste Gemäuer der Erde. Und will ich mal zwei Bier haben, heb ich den Reklamierarm, Beschwerde. Egal was kommt, meine Arme, die sind überall. Du denkst du wirst bescheuert? Du wurdest grad geneuert. Neuer, er weckt alles, was da fliegt. Neuer, guck mal, wie er den auch kriegt. Ich dribbel kurz mal eben. Ups, das ging daneben. Beschwerde. Wenn wir gegen Spanien kicken, da schreie ich schon mal. Beschwerde. Das mag ich. So, Herr Neuer, ähm, äh, Herr Neuer, äh, hallo? Naja, Herr Neuer. Sorry. Na, also, wie Durkner Neuer. Hier links oben ist noch was Funk-Abo. Hier haben wir deine Funk-Songs von Dennis und Jesko und da unten noch was cooles von Funk. Wie findet ihr das? Na, ja, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage. Aber wir können einen Echt nicht beschweren. Hahaha. Ist ganz leid, aber... Neuer, Neuer, Neuer... Ich bin der Mann und Neuer, das härteste Gemäuer der Erde. Und wenn ich mal zwei Bier haben, bin ich direkt an die Armbeschwerde. Egal was kommt, meine Arme, die sind überall. Du denkst du wirst bescheuert? Du wurdest gerade geneuert. Erwägt alles was da fliegt. Guck mal, wie er den aufregt. Ich dribbel kurz mal eben, ups, das ging daneben. Beschwerde. Wenn wir gegen Spanien kicken, da schwein ich schon mal. Beschwerde. Ich tanz euch aus, ich bin Manu der Libero. Du denkst du wirst bescheuert? Du wurdest gerade geneuert. Erwägt alles was da fliegt. Guck mal, wie er den aufregt. Ich bin ein alter Sack. Und bleib in Tour, auch wenn ich wundert werde. Wenn ich nicht mal unter der Erde, dann sag ich das, denn ich war noch Besperde. Neuer. Lübe ich gerne auf der Wiese. Durch die Kugel voll Prexise. Neuer. So, Herr Neuer. Herr Neuer, hallo. Beschwerde. Was? Na also geht doch, Herr Neuer. Also das war ihr Film. Hier links oben ist noch das Wumms-Abo. Hier ein paar geile Wumms-Songs von Dennis und Jesko. Und auch noch was cooles von Funk. Wie finden Sie das? Du, ich glaub, dass ich das mal sage, aber da kann man sich gleich nicht beschweren. Neuer. Neu, 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 neu. Grundsätzlich bin ich musikalisch. Hey, hey. Ich bin der Mann und Neuer, das härteste Gemäuer in der Erde. Boah. Und wenn ich mal zwei Bier hab, heb ich den Räckler, mir Arm beschwerde. Nr. 7. Okay, ich hör auf. Nummer 7 hat... Oh, nicht getroffen. 20. Er hat geschossen und nicht getroffen. Ah, das war 20. Einfach so gut. Okay, der war nicht draußen. Der Thoman hat nicht den Ball. Und zwar ist es... Nein, es ist doch nicht Ecke. Nein, es ist doch nicht Ecke. Wenn wir gegen Spanien kicken, da schrei ich schon mal. Ich werde... Ich tanze ruhig auf. Ich bin mal der Liebe. Oh, oh, oh. Und wenn wir uns beteuret, wo das Leben erneuert. Ich denke, alles was da fliegt. Ich bin ein alter Sack und bleib im Tor, auch wenn ich hundert werde. Lieg ich mal unter der Erde, dann sag ich trotzdem immer noch Beschwerde. Wir haben irgendwann Vollzeit ausschüttet. Geh ne, Wuppe. Boah. Boah. So, Herr Neuer. Na, ähm, ähm, äh, Herr Neuer, äh, hallo? Äh, äh, Beschwerde. Wuh? Na, also geht doch, Herr Neuer. Also, das war ihr Song. Hier links oben ist noch das Wumms-Abo. Hier ein paar geile Wumms-Songs von Dennis und Jasko. Und auch noch was Cooles von Funk. Wie finden Sie das? Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage, aber dann kann man sich echt noch beschweren. Ha, 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 ha. Die sind über-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Woos ist das? Oh! Hä, wie weiß es? Lass man was? Ja, das ist so... Ich weiß nicht, so. Komm nach vorne. Aber wo er den ganzen L leer kommt, wie hallt? Und leute nach vorne. Geh nach vorne, ich glaube nicht. Oh, Schüttel. Mein Herz. Okay. Mein Herz ist so nett. Vegetarisch. Du bist faul. So, Herr Neuer. Herr Neuer, hallo. Beschwerde. Na also, geh doch, Herr Neuer. Hier links oben ist noch das Wumms-Abo. Hier ein paar Wumms-Songs von Dennis und Jesko. Und da unten noch was cooles von Wumms. Wie finden Sie das? Äh? Es war falsch. Nicht beschweren. Es war Abstoß. Äh, nein. Es war... Alex, wie heißt das nochmal mit A? Nein, nein, nein. Ich bin neuer. Hey, hey. Ich bin der Mann und Neuer. Es war Abseits. Es war Abseits. 20 Minuten sind gespielt. Jetzt gerade Trinkpause. Zwischenstand 0 zu 0. Jetzt geht's weiter. Zweite Spielhälfte in der ersten Halbzeit. 0 zu 0 momentan. Und jetzt geht's weiter. 50 Grad hier in der Hitze. Ich tröbel kurz mal eben. Ups, das ging daneben. Beschwerde. Wenn wir gegen Spanien kicken, da schreie ich schon mal. Beschwerde. Ja. Schreie ich schon mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Schreie ich schon mal. Schreie ich schon mal. Wenn wir es vielleicht sind. Jetzt gehen wir dran zu. Ist ganz, ganz, ganz nützlich. Und bleib im Tor, auch wenn ich 100 werde. Und leg dich mal unter der Erde. Jetzt machen wir jetzt zwei Mauer. So zusammen. Und die Mauer. Und die Mauer. Ich bin Neuer. Ja. Ja, stark! So, Herr Neuer. Herr Neuer. Hallo. Ich bin der Schwerde. Also geh doch, Herr Neuer. So schnell in zwei Fläschchen. Hier links oben ist noch das Wumms-Abo. Hier ein paar geile Wumms-Songs. Und da unten noch was cooles von... Wie findest du das? Ich hab nicht geglaubt, dass ich das nur sage. Aber da kann ich nicht beschweren. Okay. Mach auf. Und... Auswechslung. Grundsätzlich bin ich musikalisch. Hey, hey. Ich bin der Mann und Neuer. Das härteste Gemäuer an der Erde. Ist das nicht? Wenn ich mal zwei Bier haben. Hebe ich den Regler, mir Armbeschwerde. Egal was kommt mal. Die sind überall. Du denkst du wirst bescheuert? Du wurdest gerade geneuert. Neuer. Erweckt alles was da fliegt. Neuer. Geh? Neuer. Mach den Ball. Taxus. Uh. Gut geeignet. Das ist auch der Schuh. Neuer. Ich tanze euch aus, ich bin mein Schubel. Neuer. Huuu. Du denkst, du wirst bescheuert, du wurdest ganz geneuert. Neuer, er fängt alles, was da fliegt. Neuer, guck mal, wie er die noch kriegt. Ich bin ein alter Sack und bleib im Tor, auch wenn ich hundert werde. Lieg ich mal unter der Erde, dann sag ich trotzdem immer noch Beschwerde. Neuer, blimmelt gerne auf der Wiese. Neuer, blimmelt die Kugel voll Prexise. Neuer, da, 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 da. So, Herr Neuer, äh, Herr Neuer, hallo? Beschwerde? Na also geht doch, Herr Neuer. Also das war ihr Song, hier links oben ist noch das Wumms-Abo, hier ein paar geile Wumms-Songs von Dab & Jetsko und da unten noch was Cooles von Funk. Wie finden Sie das? Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage, aber da kann man sich... schwer! Neuer! Nein, 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 ich bin Neuer! Grundsätzlich bin ich musikalisch. Hey, hey! Ich bin der Mano Neuer, das härteste Gemäuer der Erde. Gemäuer, gemäuer! Ja! Und wenn ich mal zwei Bier hab, heb ich den Reklamierarm-Beschwerde. Da, 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 da! Egal was kommt, meine Arme, die sind überall! Du denkst, du wirst bescheuert? Du wurdest grad geneuert! Neuer! Neuer! Er fängt alles, was da fliegt! Neuer! Guck mal, wie er die noch kriegt! Ich bin ein alter Sack! Und bleib im Tor, auch wenn ich 100 werde! Döp, 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 döp! dann sag ich trotzdem irgendwann noch Beschwerde Hallo Herr Neuer Beschwerde Wird er ausgewechselt? Und da unten noch was cooles von Funk. Wie finden Sie das? Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage, aber da kann man sich echt nicht beschweren. Und ja, er wird... Grundsätzlich bin ich musikalisch. Ich bin der Mann und Neuer, das härteste Gemäuer der Erde. Jawohl! Drei Stück! Wenn ich mal zwei Bier haben, ich den Reklamm, ihr Armbeschwerde. Egal was kommt, meine Arme, die sind überall! Du denkst du wirst beschert, du wurdest gerade geneuert. Erweckt alles, was da fliegt. Ah! Dreck fehlt! Und schießt! Und Tor! Okay! Ich bin ein alter Sack! Und bleib im Tor, auch wenn ich hundert werde! Dreck! 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 So, Herr Neuer. Ähm, äh, Herr Neuer! Hallo! Beschwerde! Na also geht doch, Herr Neuer! Also das war ihr Song. Hier links unten ist noch das Wumms-Abo. Hier ein paar geile Wumms-Songs von der Ersatzesko. Und da haben wir noch was oben. Wie finden Sie das? Na ja, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage. Aber da kann man sich echt nicht beschweren. Ich bin nicht musikalisch. 4-3 4-3 5-3 3 4-3 10-3 11-3 11-4 12-4 13-4 34 15-4 15-3 15-4 15-4 15-5 15-5 16-4 Da schreie ich schon mal ab, Beschwerde. Ich tanz euch aus, ich bin Manu der Libero. Du denkst, du wirst bescheuert? Du wurdest ganz geneuert. Er fängt alles, was da fliegt. Guck mal, wie er die noch kriegt. Ich bin ein alter Sack und bleib im Tor, auch wenn ich 100 werde. Wenn ich nicht mal unter der Erde, dann sag ich trotzdem immer noch Beschwerde. Neuer, blimmelt gerne auf der Wiese. Neuer, wirft die Kugel voll präzise. Neuer, neuer, neuer. So, Herr Neuer, ähm, äh, Herr Neuer, äh, hallo? Äh, Beschwerde? Na, also geht doch, Herr Neuer. Also das war ihr Song. Hier links oben ist noch das Wumms-Abo. Hier ein paar geile Wumms-Songs von Dennis und Jetsko. Und da unten noch was Cooles von Funk. Wie finden die das? Na ja, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage, aber da kann man sich echt nicht beschweren. Ich weiß, ich habe den Kopf gebraucht. Nein!